Ocean macht wieder Tabak und jetzt sogar mit Dark Blend. Die ersten zwei gucken wir uns jetzt an. Coca ist ein Cola-Tabak und Popura ist ein Traum-Tabak. Ich zeige euch erst nochmal die komplette Sortenübersicht. Dann bauen wir die zwei Köpfchen und dann testen wir die. Wir haben Cola-Bonbon als Virginia und als Dark Blend. Wir haben Blaubeere als Virginia und als Dark Blend. Wir haben Erdbeere-Himbeere als Virginia und als Dark Blend. Und dann haben wir unterschiedliche Sorten. Wir haben den Caif bei Virginia, das Zitrone, Limette, Eis. Und wir haben den Olymp als Dark Blend, das ist nur eine Limette. Dann haben wir den Kiwi-Eis als Virginia. Und auf Dark Blend haben wir noch den Popura, ein Traube-Tabak. So, als erstes machen wir noch einen kleinen Geruchstest. Wir haben als erstes den Coca, das ist die Cola. Oh mein Gott. Digga, also wenn der auch nur ansatzweise so schmeckt, wie er riecht. Holy Shit. Das ist eins zu eins, Cola-Flächen, Gummibärchen. Okay, Popura, der Traube. Bitte so eine normale Traube und nicht so eine Süßigkeiten-Traube. Das ist beides. Der gibt mir, nee, das ist wirklich beides. Der gibt mir 50-50-Vibes von dieser typischen dunklen Vape-Grape. Und auf der anderen Seite Classic, White, Traube, Shisha-Tabak, wie wir ihn vor zehn Jahren schon geraucht haben. Aber in einer Dose. Gucken wir uns an. Gut, wir bauen Kopf. So sieht das Ganze aus. Coca steht in der Mitte. Oben haben wir Ocean. Und unten haben wir Dark Blend. Und man erkennt es ja an den Dosen, Digga. Ich weiß gar nicht. Ja, hier steht es ja auch, ne? Hergestellt von Shanti. Das ist ein Werk von Aino. Ich weiß nicht, inwiefern die da zusammengearbeitet haben. Also ob Aino nur ausführend war und Ocean hat alles gemacht oder ob die das zusammenentwickeln. Ich habe keine Ahnung. Preislich liegen wir übrigens, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, bei 4,99. Ist von der Tabak-Konsistenz her, würde ich sagen, dem Aino auch sehr ähnlich. Dann haben wir im Low Load 15,6 Gramm. Ein ordentliches Vollkontakt ist das. In Ordnung, I guess. So, den haben wir. Das ist der Coca. Und dann selbes Spiel wie eben. Immer einmal durchrühren. Ja, Schnitt. Wie gesagt, das ist alles relativ ähnlich zum Aino. Das heißt, wir haben kaum Ästchen. Relativ fein geschnitten. Etwas klebrig. Haben wir ja eben schon beim Kopfbau gesehen. Also wenn man damit in einem Low Load gut klarkommt, dann sollte man damit in jedem Kopf gut klarkommen. Und dann bauen wir uns den Popura. Also der Coca riecht einfach geil und ich habe Bock. Bei dem Traube ist das irgendwie, ich rieche dran. Ich verstehe, was passiert, aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt, weil es so unterschiedlich ist. Das sind unsere zwei Köpfchen. Im blauen Köpfchen haben wir den Coca. Und in dem schwarzen slash dunkelbraunen Köpfchen haben wir den Popura. Ja, also Schnittfeuchtigkeit sieht doch wunderbar aus, oder? Wenn wir uns hier den Tabak im Depoma angucken. Absolut hervorragend, würde ich sagen. So, Köpfchen drauf. Okay, Freunde, der Ding ist an. Rauchentwicklungscheck. Also Rauchentwicklung ist tipptopp. Da kann man sich nicht beschweren. Geschmacklich. Süßer. Cola. Gummibärchen Tabak. Wie erwartet, nicht ganz so krass wie im Geruch. Die Süße ist immer noch ein sehr süßer Tabak, nicht falsch verstehen. Aber die Süße ist ein bisschen weniger krass, als das eben noch im Geruch am Start war. Es ist schon wirklich eher so ein Cola-Gummibärchen, so diese typischen Cola-Fläschchen. Das ist das. In süß, leichte Kühle mit dabei. Also schon, er schmeckt, als würdest du die Cola-Fläschchen nehmen, verflüssigen, in ein Glas auffüllen, mit 9,8% Wasser mischen und dann noch Eiswürfel reinpacken. Und genau das ist der Tabak. Aber ist geil. Ich bin gespannt auf die Traube. Mittlerweile ist der Traube angeraucht. Wir machen nochmal Rauchcheck, aber das ist gut. Also läuft wunderbar, wie man das auch von einem Eino erwarten würde. Ist ein 4 von 10 auf der Nikotinskala, würde ich sagen, für den Dark Blend. Angenehm, lässt sich entspannt rauchen. Geschmacklich ist der Traube eigentlich immer noch genauso verwirrend, wie er eben im Geruch war. Das heißt, du hast auf der einen Seite diese klassische weiße Traube-Komponente, die sehr gut kommt, die auch lecker schmeckt. Und auf der anderen Seite hast du diese süße, vor allem übersüße, schwarze Vape Grape. Und die beiden zusammen harmonieren eigentlich ganz geil. Ist irgendwie so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, aber keine Welt richtig. Es ist aber zum Beispiel bei mir so, dass ich diese schwarzen Vape Grapes pur kaum rauchen kann. Vor allem, also wenn das eine pure schwarze Grape ist, plus ich den Kopf auch noch pur rauche, wird mir das manchmal zu viel. In dem Fall, mit dem Mix mit der weißen Traube, ist es jetzt aber nicht zu viel. Also es schmeckt echt lecker. Ne, ist wirklich gut. Also könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht aktuell sogar mein Favorite, was Traube auf Dark Blend angeht. Ist wirklich stark. Das waren die ersten zwei Flavor von dem Ocean Tabak. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. So.